Riragu, holt's es gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt das? Ich zieg zum Maushammerlidl. Und wer kocht und wer wer starb? Ihr. Wir. Wenn ihr die Oma besser behandelt hättet, wär's gar nicht so weit gekommen. Ha, die können ja was erleben. Dann mach ich einen Führerschein. Führerschein? Jetzt bin's komplett. Oma! Sauber, Burschl, jetzt mein ich, hast wirklich einen Fall. Pauli, ich bin der Onkel Rudi. Den lebe ich nicht. Wie gefällt dir das, desto kleiner Per-Warsling? Weißt du, wer heute im Kindergarten war? Oder aus Perversien? Aus Perversien? Welche heiße Spur führte ich in unseren Kindergarten? Das hängt in jeder Tankstelle von da bis gar nicht. Wir gehen hier nicht weg, bis die meinen Schwiegervater suchen lassen. Wo so ein Ohrwaschl ist, ist meistens noch mehr. Was soll denn das sein? Ich muss einen Stellvertreter benennen. Sie machen das. Ich? Wir können jetzt den Männern zeigen, wo der Rubel hängt. Super. Franz? Ja, nein, ich weiß auch nicht. Wenn die Frau karrieremäßig an dem Mann vorbeizieht, dann ist der eh auf dem Aus. Wir sind für keine Wärmestube, gell? Sag einmal, brennt dir so ein Hut aufgegagelt, die Mistammlung? Was ich mir das sagen lassen von so einem gründigen Zwetschgemantel, wie dir da der Maurer das Loch lassen? So ein Mann ist ein hochsensibler Mechanismus. Du streichelst die ganze Zeit dein Handy. Das ist ja ein Spiel, ich muss die fünf Minuten am Tag streicheln. Wo kommt denn der blätschliche Graben her? Leck mich am Arsch! Aber so was von einem Arschblecken! Sag einmal Spitz, du! Rumba-Samba, 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 Rumba-Samba! Auf geht's! Bitte nicht in die Gülle-Grobe! Sag dir einfach, es wäre Fango! Rumba-Samba! Warum fotografiert sie euer Bier? Instagram! Einen Like hab ich schon! Dann like mich doch einfach am Arsch! ! Einen Like dran! Gegebenstreben. Gange. Gange.